Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TTT mit der Go-Game-Or-Die-Community-Ending-Friends. Und mit dabei sind der Heiler... Ich töte Blattdick. Atabooom. Gemacht. Ich töte heute nicht Flike, sondern Spotty. Das ist nett. Tuck mal die Knopf. Sascha? Ich schnapp mir den Scroll. Er kriegt's Gold. Ich schnapp mir Atta. Der Scroll. Hallo. Dieter Blattdick. Ich haue Sascha um. Und Jan. Ich haue, Heiler. Ich möchte die Runde jetzt nicht freigeben, weil er vorzieht auf mich. Heiler? Und Jan, ich häng noch hinter dem Sein im Fluch. Okay, ich gebe die Runde frei. Hilfe! Mach die Tür zu! Nein! Mach die Tür zu! Nicht mit ihm! Wot the fuck? Wie komme ich über die Tür zu? Ich will mit dir alleine sein, oder was machst du da? Chris, weg da. Hey, leh, leh, leh! Hä? Schnell weg! Oh mein Gott! Hast du ne A weg? Komm ich überhaupt nicht hin, oder? Ja, ja, ich hab ne A weg, genau. Ich seh's nicht. Willst du die Waffe kurz haben? Nein, da kommt die Hände weg. Ja, wenn ich hier... Wurste denn? Hallo, Arthur. Heiler ist Hurt. Ja, Heiler ist Hurt. Komms? Dann kommt die Bühne. Dann kommt die Bühne. Du musst ihn kaputt hauen. Warum hat... Warum hat... Da wo der Heiler im stand, ist ein Blut im Klo. Hast du seine Tage? Hä? Du musst dich duffen, du musst dich duffen. Also Heiler hat auf jeden Fall noch keinen Waffe. Und die? Ja. Ja, super. Wie bewegen sich denn diese komischen Rote? Irgendeiner schießt hier. Ich spiele jetzt einfach so ein... Moped? Ich will da mal runterspringen. Da schießt er. Ich schieße. Alter, ich... Warum? Hast du was dagegen? Ich hab ein Fanster gemacht. Ja, ne Granate. Ähm, ich weiß nicht wer es ist, aber er ist oben. Ich glaub es hackt. Oh, hier war's. Scheiße. Wie komm ich denn hier? Er ist oben. Der Trait ist oben. Der Trait ist... Aua. Good Job. Wow, die Map ist echt nicht groß und ich hab mich verlaufen. Hahaha. Los geht's gut. Do your thing. Ja genau, die Boote bewegen sich nicht. Warum nicht? Irgendwer muss die... Starten. Warte. Lauf! Spring raus! Ich kann nicht aus dem Wasser raus. Warum kann ich... Komm schon, ich versteck mich auf dem Klo. Ja, Leute, da hast du ordentlich gefressen. Warte mal, du wolltest mich töten, ne? Ne, warte mal, ich hoch ab. Haha. Geil, alles klar. Ich hab übrigens, äh... Bloody Traitor. Er hat nicht sein Hackeball hier vergessen. Was? What the fuck? Ich hab' keine Chance. Ja, ja, guck mal. Jan, 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 Jan ist es. Jan, Jan ist es. Jan ist es? Ich hab' doch vorhin gesagt, Jan ist es. Drück mal da hinten auf die Konsole. Ich glaub' dann gehen die... Wie geil, dass jetzt... Echt? Tschüss. Ne, warte mal. Ich hab' Jan gekillt. Ja, ich hab' Jan gekillt. Easy. 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 Gar kein Thema. Easy. 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 Der ist auch, ähm... Hier, Sascha. Oh, Arthur. Bei der Leiche könnten auch noch Münzen drin sein. Gehst du hier weg? War nicht. Äh? What the fuck? Alter, ich komm' auf die Sample noch nicht. Also, ich bin aber hier. Ach so, er liegt hier. Ja, ja, genau. Hab' du gecalled. Und hier in der Ecke liegt noch Chris Gold. Der wurde wahrscheinlich auch von, äh, Jan gekillt. Oh, oh. Und ich hab' mich ja gekillt. Wenn du noch heilen kannst, wär' gleich cool. Gott, alter. Ich lecke hier durch die Map durch, ey. Ja, Frau Kroba. Hier, hab' ein Med-Kid. Hier, hab' ein Med-Kid. Nein, nein, nein. Oh, oh. Dankeschön. Ich lauf' weg. What the fuck? Also, ich hab' mich jetzt in der Dusche versteckt vor Sascha. Ich sauf' im Wasser ab und seh' nix mehr. Ah, ich lebe noch. Willst du noch jemanden wiederbeleben, dann beschütze ich dich. Warum bekomm' ich gerade Leben wieder? Nee, ich gucke gerade, wenn er abgekallt hat. Dann müsste ja Chris sein. Ja. Chris und Scroll. Und du hast Jan erlegt, ja. Das passt. Blöde Frage. Warum hab' ich gerade Leben wiederbekommen, als ich aus dem Gift rausgekommen bin, oder was das war? Ich hol' mal Chris wieder. Beschütz' mich mal eben. Mach' mal die Tür zu und schäle dich. Jan ist nicht tot. Er lebt auch. Oh, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Sein Bein zuckt. Der langweilt sich. Sascha! Fuck! Ja, Sascha! Ja, Sascha! Ja, Sascha! Chris, was hast du für eine Zuckung? Ich hätte dich auch erwischt. Ach, Chris ist noch umgefallen. Atta legt noch? Nee. Dieter, ich hab' hier einen Tee mehr. Jan, guck' euch das mal an. Ach, da links du. Ach, du links draußen. Jan, fang! Jan hat voll die epileptischen Todeszone. Ja, hat sich gesehen, wegen der Uhr. Ja, ja. Ah, hier ist die Tür. Ich bin voll im Wasser gespawnt, hey. Also die Spawn-Points sind ja nicht so ganz gut gelegen. Wieso hab' ich jetzt zu drei Punkte fürs Gelegen? Wieso bekommt man Leben wieder, wenn man aus dem Wasser rauskommt? Ach, du Heiliger. Ich hab' dir gar nicht gefunden. Weil ein Gegengift administriert wird. Ah. Und, außerdem war Preparing-Phase vorbei. Ja, ich hab' was von Antidote oder sowas gelesen, war trotzdem verwirrt. Wann hab' ich eine Waffe? Ich hab' eine Waffe. Hey, äh, Atta und, äh, Sascha, Atta und Sascha, Atta, würdest du mich durchlassen? Oh, hier ist der Party. Ich bin, äh, voll equipped, ne? Ah, ah! Party hart. Ich geh' mal duschen. Lannik steht glaub' ich noch auf K grad rum. Bitte mich in Ruhe lassen, ganz kurz. Ich muss mal schnell duschen. Und? Das ist, das ist, das ist kein Kaffee, das ist keine Party. Das ist Party hart. Oh, oh, ne, da will ich nicht rum. Alter. Wow, warum ist hier alle schwarz? Ach, du Heiliger. Du siehst immer noch, Atta! Ach, nicht schon wieder in das Gift. Chris Gold hat auf mich geschossen. Hallo Neo. Was? Hallo. Hi. Ist es Chris Gold safe? Chris Gold hat auf jeden Fall auf mich geschossen. Oh mein Gott, was stimmt mit dieser Map nicht. Atta, dreh dich mal um. Atta, dreh dich mal um. Atta, hier oben. Atta, dreh dich mal um. Atta, dreh dich mal um. Ich hab die Hacks an, ich flieg hier durch die Map. Soll ich dich runterschießen? Nee, will ich nicht. Gar nicht wahr. Oh! Hier liegen ganz viele... Oh, ich hätte die Tür nicht zumachen dürfen. Deswegen liegen die da. Ich hab hier... Aha! Duck jump! Nein! Was... Was machst du denn, Atta? Ähm, ich muss sagen, Inno Vince. Jetzt schon mal. Wieso bist du Trader und kommst nicht mehr weg? Ich bin Dete und ich bin in einen Raum, wo es zwar eine Tür reingab. Aber keine raus. Aber keine mehr raus und hier sind ganz viele Puppen. Was? Also der ist ganz dunkle Raum, ja. Ja. Da ist eine Tür irgendwo. Ja? Chris Gold, warum bist du gehört? Hm. Bleddick, warum bist du verwundet? Bleddick! Oh shit, ich hab Chris Gold einmal gekillt, aber der hat ein wiederbeleber Ding... Wie heißt denn das nochmal? Hä? Weiß nicht, was du meinst. Ja, dass er halt... dass er halt despawned, aber halt trotzdem noch lebt. Dass er unsichtbar wird, mehr oder weniger. Und seine Leichtheit da bleibt, die so... Oh, mir fällt der Name nicht ein. Wie heißt denn das, Roman? Der Dringer. Nö, er ist doch tot. Oh shit, Alter. Und du meinst der Dringer. Ja, der Dringer. Aber das hatte er ja nicht. Er lag nur tot am Boden. Aber bei mir hat irgendwas gepritzelt bei ihm. Ja, irgendwie... Ist halt nicht wichtig, äh... Ja, genau. Fatalen Schaden, wie man so schön nennt, hält der Dringer nicht ab. Ich hab dir zwei Headshots gegeben. Ist das halt schon... Und hier außerdem hab ich noch weiter drauf geschossen als er eh schon... So, wir sind wir noch einmal mehr mit Neo Kahn. Hallo. Oh, junglöchen. Hi. Hallo. Denk dran. So viel ist das erste Mal, wenn du stirbst. Äh... Ja, du bist nicht das erste Mal, wenn ich war. War nicht dran. Wenn du stirbst, kommst du durch. Nicht abknallen. Willst du ne Waffe, Bleddick? Übrigens. Hast du da oben was? Ich hätte denn hier ne Shotgun, wenn du willst. Oder ne Galle. Ich... Ich nehm gerne die Galle. Ja. Wuppala. Cool. Cool. Ich hätte hier auch noch ne... Ne Pistole hier. Ja, hab ich auch gemerkt zum Schluss. Ja... Ich brauch noch Munition. Oh, die liegt hier. Oh Gott, Bleddick ist Traitor. Er zieht auf mich. Ach, meine Güte. Ich guck in deine Richtung. Ich zieh doch da. Ja, ey. Alter, ich komm auf diese... Wow. Hör auf zu schießen. Oh, Alter. Hat hier vielleicht jemand ne Disco gehofft? Ey, er eskaliert hier vor. Oh, Alter. Warte auf, wo du kommst hier. Disco ist denn uncool. Boah, der Auftuch ist echt geleckt, ne? Hilfe. Neos haben wir mit Umring. Diese Türen. Ja. Sascha hat sein... Ich weiß nicht immer diese blöde Treppe wieder runter. Alles mit mir. Sascha hat sein neues Lieblingsspielzeug gefunden. Die Map des Todes. Äh... Alter, auch ne Spaß. Wollen wir auch weiter? Oh, alles was man hier irgendwie... Wofür gibt es diese Räume? Hält einen auf. Das ist ne Irrenanstalt hier. Hallo. Das ist... Ey, Alter, du hängst gerade ein bisschen an den Stein. Nee, warte. Ich helfe dir mal. Warte mal, hier ist ein Typ. Das ist wie so cute. Boah, reicht's. Jetzt gibt's Gewalt gegen Stühle. Sascha. Gute Schönen. Ja, ich bin hier. Hoch da. Oh ja, Lenny, ich kenn das. Bewegungsfrei gerade... Oh. Lenny, sagst du denn du alles? Ich glaube, Chris und Jan sind Traitor. Sascha, zieh nicht auf ihn. Sascha. Chris und Jan, wer sind Traitor, Sascha? Chris und Jan, sagt er. Du, ich ver... Alter, diese... Irgendjemand schießt da drin? Ja, ich versuch den Stuhl kaputt zu schießen. Geht aber nicht. Sascha, du bist Traitor, gell? Ja, auf jeden Fall. Soll ich denn Headshot geben? Nur zu, wo bist du denn? Chris, warum bist du gehört? Ja, voll. Ja, voll. Nee, du, das war doch... Voll ins Knie. Chris, warum bist du gehört? Das war sogar wirklich auch ein Headshot. Scrawl hat mir 50 Schaden gemacht. Ja, sorry. Keine Ahnung. Wen hast du angeschossen? Kann ich den nicht sagen, ich hab's ja gerade Tablers gesehen. Hat der Dieter gerade Scrawl gemacht? Warte,... Ich bin ein Heftiger. Nein, warte mal ab... ...ibs mal ab hier. Ich hab diese Faktik-Stühle. Aber es liegt doch nicht. Sascha ist es, Sascha ist es. Boah, die Map ist ja echt schön. Heiler... So, aufzug. also lange fährt man ja kann man ja noch schnitzel mit pommes essen wie er sich umdreht und ich einfach nur am boden liege so schnell konnte ich nicht mehr reagieren das war zu heftig ich bin genau in dem raum wo ich hingehör mit dem baby und einer puppe ich bin nicht im schwarzen raum ich bin in einer gummizelle also ja was ist das nur für ein verrückten spiel aber war schon geil dass ich die erste tür öffnet dass ich gleich dich treffen ist das alles im wunderland hier nein ich habe mal hier die sachen hier ist echt nervig guck mal erst mal erst mal erst mal hier alles kaputt war ich schau dich gleich das kann ich mit in jedem raum neues abenteuer lief red er ist da hallo sport die willst du mitfahren ich schließe mich auch im app und ich möchte ja nur lass mich in ruhe mein gott in einem raum war da ich stehe in der dusche das macht gleich nur für den weg hier das war der so genannte atta-ruhm warte mal lol die macht die tür warum nicht ist echt ewig unterwegs hatte ja war mir auch schon aufgefallen aber gott sei dank vor der aufnahme und dann noch nicht mal gute musik weißt du wo komm ich denn hier hin ich hab mir nicht mehr gut da heila hat sich der neos verletzt wer schießt denn da die ganze zeit wie wild um die decke warum schießt du auf die babys jan ich weiß nicht so wirst du kein familienvater oder hat mich gerade jemand runter geschaut hier liegt jemand wo atta boom ist tot das hat gerade gemacht was wieso Hä? Keine Ahnung. Da will ich auch drauf. Oder bist du Sascha hier? Äh, jetzt zieht das Atta auf mich. Was ist das? Warum zieht das Atta auf uns? Äh, kann das dann das Atta vielleicht? Nein. Hast du ein D-Team wiederbelebt? Äh, ein Trader wiederbelebt? WTF Sponti? Was? Ich hab alles gemacht. Natürlich. Wer lebt denn überhaupt noch? Ich flieg voll nicht durch. Ich hab keine Ahnung wer noch lebt und wer nicht. Sponti, du Trollo! Warum knallst du mich denn ab? Alter. Alter. Wie die Double-Berry Gang gar keinen Schaden mehr macht. Das ist so wie Kanonen auf Spatzen, ne? Aber Sponti. Was war das für ne Runde? Ich bin in ein schwarzes Loch gefallen und gestorben. Was wollt ihr eigentlich? Sponti, warum hast du mich abgeknallt? Ich hab dich nicht abgeknallt. Klar! Nein! Du hast mich abgeknallt! Nein! Ich steh hier neben dir. Weißt du, wir schießen da zusammen rum. Du drehst dich um. Bam! Tot! Ich hab mich geschossen! Bonty. Leugnen ist zwecklos. Ich hab nicht geschossen! Ich hab zwei, ich hab einmal auf Chris und einmal auf den Sieg die Double-Berry geschossen. Wir haben beide überlebt. Gesamtpaket muss noch sein. Gesamtpaket muss noch sein. Denkt daran, es gibt drei Traitor. Jan! Warum ist der Heiler? Irgendwie hat es jemand gestorben. Warte mal, war das der Heiler der? Scheiße. Oha! Jan und der andere Traitor? Jan und der andere. Das ist auch immer gut. Ne Leute, lass mich mal nicht alle alleine hier. Eskaliert doch nicht ohne mich einfach so. Alter, irgendwie ruckelt die Map gerade bei mir. Weil die ruckelt gleich was anderes. Was willst du? Neophan hat Jan. Ja. Warte mal. Bleib mal kurz hier. Nee. Doch, hier. Also, Trite Charter sind tot. Warte mal. Ich hab keine Ahnung, wie man das benutzt. Ich hoffe, ich mach dir jetzt. Fuck, das war verkehrt. So, schon besser. So. Ah, das ist noch ein Detektiv. Also, ich glaub ich bin Proof, oder? Ich hab zwei Traitor getötet. Neokhan hat grad einen Traitor getötet, ja. 2. Warte mal, hier. Was ist das? Oh, was ist das? Hier liegt noch Sponti, der tot ist. Nein, Sponti ist nicht tot. Sponti hab ich mich wiederbelebt. Hab ich nicht grad... Ach, Chris Gold war das, Entschuldigung. Peter, ne! Ah, ne, das ist Sponti. Neo, wen schießt du da? Na! Alter, schon, eine Map mit so vielen Leuten ist zu verwirren für mich. Jo. Der Hammer, hey. Ich komm da auch gar nicht klar, ne? Also, war das Chris, Blake und Jan? Nein! Chris war nicht. Das war Familie. Das war Familie. Ja, der Alter war der Letzte. La Familia! Ich knalle Chris ab und denk mir so, ja, safe, war keiner da. Kommt da einer in die Tür rein. Ich denk mir auch, man, pow, den nächsten abgeknallt. Dann kommst du schon in die Ecke. Aber Sponti stirbt natürlich nicht beim ersten Schuss. Nein, das kann Sponti nicht. Natürlich nicht. Hallo? Ich bin, äh, äh, ne? Ich hab genauso geschossen wie bei den anderen beiden. Habt ihr eigentlich den G-Man schon gefunden auf der Map? Willst du die Waffe haben, oder was? Den was? Den G-Man. Den G-Man. Den G-Man. Den G-Man. Ich kenne den G-Punkt. Also, ich suche immer noch die Turtles. Den G-Man, oder was meinst du mit G-Man? Ne, wenn ihr, wenn ihr runtergeht, äh, wenn die Torzeit in die Uhr runtergeht, dann seht ihr den G-Man. Der Heiler ist verdächtig. Er hat draußen bei Helden Licht die Taschenlampe an. Ey, okay. Oh mein Gott. Er muss Traitor sein. Ich schnall ihn ab mit dir des Erlaubnis. Oh, ich verschwende gerne den Strom. Echt. Du Strom, du Stromverräter. Ich will hier den Shit kaputt machen. Çaš, du bist Traitor. scroll, warum nichts mehr auf behalf. Warum? Da hier unten liegt jemand zu Alt. Was? Ich hab nen neuen Weg gefunden. Nata, nicht killen! Nein! Nassam. 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 Uff. Nassam. Ihr Go1 zu gelangen. Nassam. 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 erwischt ich hab grad hier die leiche von krisburg desinfiziert genau das ist ja nicht die leiche auf der treppe erledigen identifizieren auch die schon weg was die quasi wurde getötet ich bin mega überfordert auf dieser map jan was hast du vor okay gut ich habe mir echt überlegt ist er es oder nicht weil ich habe mir kurzzeitig überlegt ob ich ihn töten soll oder nicht wo ist er ja aimbot ich weiß es nicht ich finde ihn also neokon ne hi oh ne 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 keine sorge du hast das glück ich hab grad nicht nachgeladen ja ne gut das ist nicht gemacht geholfen zu haben weil erst nach meinem schreien haben sie mal gesagt oh ja ich hatte es schon vermutet nein es war keine body boom ich hatte der ringer und hat von irgendwas schaden bekommen und deswegen ist der leiche gespawnt da wird auch sofort wieder sichtbar das fand ich lustig deshalb bin ich von der fähig gleiche ausgegangen what the fuck ich war unsichtbar bei mir so jetzt räume ich mir der pistole auf es war es bei mir komplett sichtbar als die leiche darunter fiel leute habt ihr das vielleicht auch so über die übrigen wir haben es wahrscheinlich gesehen aber ich glaube ich bleibe einfach in diesem raum hier drin lasst mich einfach in ruhe jan bist du trader jan bist du gerne hier ich bin blau kann nicht mehr streng alles ok bei dir chris gold chris gold stirbt nicht gott sei dank äh deta kann mal jemand chris gold heilen vielleicht der ist gerade hier im ding drin gewesen im schlick im ding ich würde den nicht heilen ja dann heilen halt nicht mein gott so ich verstecke mich jetzt woa 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 irgendwo ich habe die jala nur gehört und hat mir gewonnen ganz weit weg von mir ist hier war der im raum alter wer ist das bleib ok also ich treffe ihn nicht das ist der shit ist er noch so drin ich bewege mich ja weg ich bewege mich nicht weg ich drücke das ab lauf ich bewege mich ja nicht weg alter komm 3 2 1 feuer ok ja bleib ich bin in ursägen ich will mal karma nicht versauen komm an die blöden tisch nie vorbei ich punkte mich auch ganz gut da deswegen ich glaube weg wer lebt denn jetzt noch hallo ich lebe und hier ok wer noch heiler ich heiler ich brauche mal schnell die waffe oh gott ich lege hier viele leichen ich hab nur gesagt wer noch lebt ich hab gesagt heiler ja warte mal ich kontrolliere hier mal geschwind die äh alter ok ich hab hier ein dt confirmed sascha hallo hat jemand vielleicht ein nein ein rest oder sowas vielleicht hallo boah alter oh nein hilfe ich bin der meinung das ist heiler ja ich bin ja da war nicht hilfe na gut natürlich jetzt knock knock nein knock knock nein knock knock ey lass uns doch einfach mal äh ein aus akku äh 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 auswählen den atta den wir zusammen töten ok ich bin für sponty sucht mich ich bin für scrawl weil das nicht du weißt gar nicht wo du weißt wo ich bin weil ich will da nicht rein hau ab weißt du gar nicht ich bin völlig safe ok lass uns mal scrawl suchen und killen warum nicht ja weil wir beide traiter sind und wir äh gerne untraiterhafte menschen töten ja dank für das gespräch aue aue wir sind hier so gewaltig überflaschen nein das ist das glas hallo nein der rocket launcher von ich hab'n auch nicht gesehen aber ich muss mich echt verschlecken das sah da aus wie scroll ähm er sah aus wie ein ttt spieler also heiler ist glaube ich überhaupt absolut safe weil er hätte mich zwanzig mal abgef Defenceern können oh no 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 na ja es könnten ja auch der heile und du sein ja gel ich denke auch ist nämlich sponty dann würde wieder wahrnosse leute beleidigen äh ne beleidig mich äh beschuldigen ja warum wird eigentlich immer ich scroll scroll hier scroll da erst roll und trader das klingt halt fast gleich so selber ausdrucksweise das gespräch heiler ja jan jan nein er schießt auf mich ist auch nicht ich lebe noch aus groß auf jeden fall trader auf mich geschossen untersuchen untersuchen kurz vor die ist weiter glaube ich aber auch das und die drehte er ist er ja untersucht er ist alter sein die gerade noch so weggekommen hier junge 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 wo ist er spontan hat es sagt aber auch jetzt gar aus von den händen oder die mann ich untersuche es auf alle leichen mehr so viel über die mann im Haus bitte die mannste ich mal über alles nicht ist abgebung macht was hier was hier gerade mega im Längen war so viele Leichtungen ich komm dir voll nicht klar was macht diese Map mit mir wo du da unten alleine warst hättest du übrigens einen von uns retten können aber ist ja egal ja ich hatte aber keine Punkte mehr es tut mir leid ja da lagen genug Leichen da hättest du dir was raus klauen müssen da lagen alle Traitor und alle Deter Leichen ich hätte Angst vor ner Bodyboom wenn ich ehrlich bin ich sag ner Bodyboom immer an das reicht das war ganz schön spannend grade ja ja Sponti du hast gesagt du hast ihn gekillt und dann tötet er uns ich hab gesagt ich weiß nicht ob er tot ist echt jetzt und dann hat er ihn mit nem Leln und schon weg gehauen ne tekker zum Beispiel hier Ich bin gerade voll in der Instagram gespawnt. Ich kann nicht. Nein, Sascha. Hi, blödig. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Habt ihr mir eigentlich geglaubt, was ist das? Das Spawn-Team mich an den Griff naht. Platz schafft. Das ist mir viel zu eng. Okay. Lass mich durch. Ich hab noch keine Waffe. Lass mich durch. Lass mich durch. Da ist eine Waffe. Ich brauche auch eine Waffe. Lass mich einen neuen Spray-Logo machen. Los. Danke schön. Sascha weg. Ne, ich steh hier noch. Kann man hier nicht durch die Sprencher schießen? Da ist ein U-Jutsch am Schießen. Irgendwer schießt hier oben. Irgendwer schießt hier oben. Guck mal hier. Siehst du die Kugeln da in der Glasscheibe stecken? Aua. Was? Oh, ja durchschießen, oder? Das geht? Alter. Ja, scheinbar. War das ein C4? Aua. Ich glaube ja. Das ist fast tot. Das war ein C4. Ja. Ach du Schande. Hier liegt auch ein Toter. Ich hab ein Mini-Fire aufgehoben. Von Atta Boom, der durch eine Explosion gestorben ist. Ich nehme an durch ein Teammate. Hehehe. Da hat gleich einer Karma-Verlust. Kriskold, was machst du denn da? Ich lebe da auf eine Kugel. Also auf den Stolz, wenn ich da rein springe. Wer lebt denn überhaupt noch? Bitte einmal Meldung geben. Ich glaube Kriskold ist es. Neokan? Grawl? Sponti? Sascha? Chrisgold? Aila? Jan? Ach ja, klar. Chrisgold hatte ich gesehen. Ich bin nur die Liste abgegangen. Ähm. Shit, jetzt ist er weggelaufen. Das war's. So ein Mist. Ich schmeiß ne Bodyboot. Da hat er euch alle mit dem C4 erwischt. Habe ich, habe ich, habe ich den einen weggelst durch die Scheibe erschossen? Nein. Ja, mich. Aber ich dachte, das ging nicht. Random. Doch. Ich hab noch gesagt, guck mal, ich hab durch die Scheibe durchgeschossen. Aber die Kugeln stecken in der Scheibe. Ja, ich dachte, das ging nicht. Also Leute. Sponti? Du bist dran. Ich bin dran? Ja. Ich bedanke mich für Something is Creation Script Errors. Dass ihr dabei wart. Das war wieder eine lustige Runde. Die Beschreibung der anderen Kanäle. Äh. Der Link. Ciao.